Als ich am Einsatzort eintraf und die Kirche betrat, sah ich hier zwei verdächtige Personen am Altar, die irgendeine Substanz rauchten und sich einen Kelch mit einer Flüssigkeit reichten. Also mir wäre fast bei dem Anblick mein Bier aus der Hand gefallen. Aber wie sich später herausstellte, war, dass der Pfarrer und der Messdiener, die hier Wein tranken und ein bisschen Weihrauch, gekifft haben.